Ja, hallo zusammen. Nächster Trailer am Laufen. Ja, normalerweise kommt ja immer der ein, ich habe ja zwei Hartz-IV-Newsletter, einmal Org und am Hartz- oder gegen-harz.de und das Beides hier vom Hartz-Org. Kam jetzt heute. Macht nichts, ist noch nicht zu spät. Also für euch jetzt aufbereitet die neuesten Hartz-IV-News. Und wie immer agiert diese Firma, agieren diese Menschen darin sozial, anständig, sehr menschlich und kann man sich gerne anschauen bei Bitshoot, bei VK, die sich den Trailer bei Wignus TV aufrufen. Den entsprechenden Link in die Browserzeile. Ab damit und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.